ja was soll ich sagen die spatzen pfeifen es vom dach der valentin und die jenny sabine die heiraten ich alles weiß sie aus der tiefsten eifel natürlich hat der dennis da ein bisschen runtergezwitschert ja und der valentin also du bist so ebay kleinanzeigen experte da muss man schon experte sein um dadurch sich zu wurschteln und die jenny sabine natürlich doppelname dann kryptmo zwillinge weil du bist ein umständen und wenn man so schwierige vornamen hat dann wird man bestraft da kryptmo zwillinge ja ihr seht ich weiß alles von euch also euch beiden wirklich alles alles erdenklich liebe hier aus der eifel zu eurer hochzeit und ja und stell meinem freund dennis noch mal viele grüße weil der hat das hier alles so in die wege geleitet schade hat der tritt mit den pannen um den dach kaputt so ist der hat er da oben rum randaliert also hier aus der eifel noch mal alles liebe zur hochzeit und bleibt euch treu und vor allen dingen gesund und alles gute für die niederkunft die da kommt machte gut ciao euer 80 euro waldi ja